Adi hallo und herzlich willkommen hier ist eine neue Folge Overwatch mit Maiko meine Freunde Ja, das ist nicht das wo man noch ein Leben hat, sondern wo man... Ja, ist ja wurscht Allerhock, Overwatch, freiwillig Obwohl, das ist es Oder? Keine Ahnung, Kaos leider zu sehen, aber... Oh, was? Wo können wir schnell leben? Können wir irgendwo leben holen? Da haben sie endlich einen anderen Website gebaut, Wahnsinn Ja, das war cool, das soll jetzt Zeit waren Können wir alle leben, oder? Ja Wo ist er? Ich empfehle dir jetzt, hinter meiner Barriere zu bleiben Oh leise, geile Map aber I like it Hicken Meter Ja Ich habe kein Leben nicht Dann mache ich dich jetzt tot Ich bin auf, euer Schiff Wir treffen nicht Den Hurensohn Kann man da irgendwo heilen, oder was? Kann man da irgendwo heilen, oder was? Er kann sich heilen, du nicht Ich weiß dir nicht von mir Aber das war jetzt gut, aber du musst... Ja Ich habe keine E-Frei-Kop Nein Zu Eis Interessiert mich nicht Es ist eh geil, wenn es immer andere Maps gibt, he Immer nur die Eismap, diese Scheiße Diese Scheiße Ich habe gleich ein Critical Hit Ich habe gleich ein Critical Hit Ich habe gleich ein Critical Hit Ich habe die Reihen, oder? Ah Da oben Scheiße Ich habe die Fjera, der ist 5-1-Gerder Oh ey, warum macht er so viel damage? Okay Höre, Reinhard Ich habe ihn brilliert Ach, mein Schreinrad Höre, süße Hallo Ja, der da lag, dass er seinen Maitop beihauert. Was ist das denn, mein Zeug? Wie man sich das in Homosexuellen rein verstecken müsste? Das ist doch schluckig. Bäh. Homo. 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 Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Jetzt muss man das einnehmen, oder? Ja, wenn die Zeit knapp wird. Aber ich finde immer den schlecht. Dann dauert es nicht ewig. Homo. 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 He Polar Homo. Homo. Hast du命? Homo. Nein. 気持 Think. glove. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. 1 zu 2. Bereiten Sie sich. Puh. Ich kann es schon mal auswählen oder was? Hä? Ah, ja. Das ist geil. Mit dem, was du gefunden hast, kannst du mal auswählen. Wie weit ist denn das? Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Du kannst doch richtig... Oh, jeder. Ganz her, jetzt. Ja, aber schau, der Typ hat jetzt auch Winsten. Ja, auch andere, nicht? Ja. Ich brauche Heilung. Hast du Heilung? Nein. Ich bin Wäsche. Ah, ja, ja. Ich muss auch nicht, oder? Nein, ich muss noch nicht, warum? Ja. Das wird uns beschützen. Das wird uns beschützen. Das wird uns beschützen. Und Ding ist auch sehr los. Du bist die Ertäuschung. Oder nicht, wtf. Ah, Ding hat Heilung. Ja. Wo sind die jetzt? Der kommt rechts an dir. Aber der muss los sein, glaube ich. Ja, warte bis er kommt und ficken. Ficken, ficken! Ja. Oh, jeder. Oh, ich finde das so geil, dass du die Leute mal spielen kannst, die du zuerst gespielt hast, oder? Das finde ich mega geil, ja? Jetzt wird mir ein Mob gefuckt von immer so drei Tanks oder so. Ja, genau, richtig. Haben sie gut gemacht? Scheiße, was soll ich spielen, oder? Was würdet ihr nicht spielen? Ah, du spielst. Ich spiel in Fetten, ja. Ja, Reinhardt, komm. Ja. Irgendwann. Ich hup's dann an. Ja. 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 Ich hup gerne den ersten und dann fick ihn. Ja, slow. Hallo? Gut. Ich hab zwei geheatet, oder? Nein, ich hab den Hup gerade gesehen und der liegt mein Ding weg. Aber ich hab eine Kissen. Lootbox! Oder die haben wir jetzt so gescheit gerackt, oder? Voll geil. Mell, Leute. Highlight des Spiels. Voll geil. Voll geil, Leute. Die letzten drei haben wohl eine Kugel. Und mit diesem Sinn, meine Freunde, wünsche ich euch das beste Euer Psy-Fi-MV-Entee. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Oder vergisst nicht zu abonnieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst, meine Freunde. Checkt auch diese zwei Videos noch aus, meine Freunde. Und ich wünsche euch das beste Euer Psy-Fi-F-Entee. Tschü-Mü-Dü. Und tschau-Mei-Düsen. Tschü-Mü-Düsen.